General Ritter von Greim, ich ermenne Sie hier mit zum Oberbefehlshammer der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum General-Weltmarschall. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist eine Schwätze der Schweinepfiff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verraten gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Inneren wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jedem Außenseiter als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und ein ausgerechnet Himmler. Getreuste, der Treu. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen. Ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das echt wahnsinnig geworden. Ob sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir, Fräulein. Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zerfarrt sein Bericht. Er ist Jarrod. Ja, 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 ja!